So meine Damen und Herren, wir sind wieder bei Battlefield Play for Free. Diesmal bin ich nicht alleine, diesmal ist auch wieder mein Bruder, Bruder, genau, mein Bruder wieder mit dabei. Extreme Minecrasher, aber der heißt ja jetzt nicht mehr Extreme Minecrasher, sondern, wie heißt du? Kovader, so habe ich dich genannt, also ich dachte, das habe ich auch schon in einem anderen Video erklärt. Das werdet ihr auch sehen, das ist ein Video von Minecraft. Und da werden wir uns auch dann wirklich dran halten, die Videos dann, sag ich mal, konstant hochzuladen. Da habe ich das auch erklärt. Genau. Und ich werde gerade irgendwo geschossen. Heißt ich hier im Battlefield Extreme Minecrasher oder was? Extreme Crasher oder Extreme Minecrasher, ich glaube aber nur Extreme Crasher. Achso. Naja. Also die OC ist auf jeden Fall die, die ich als nächstes holen werde. Die gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Also es ist echt sehr, sehr geil. Wo ist der denn hin? Keine Ahnung. Alter Schwede. Da bist du weg gewesen. Shit. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, fuck, fuck, fuck. Ja gut, da kann ich irgendwas machen. So, ich bin ein bisschen erkältet, ey, wie man ja hört. Ja genau, und ich nicht. Und endlich habe ich jetzt auch meine Ausbildung sicher. Gerade eben war ich, habe ich unterschrieben. Echt? Hast du unterschrieben? Ja, habe ich. Ah ja, gut, gut. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Kfz-Mechatroniker. Ah ja. Gefällt mir. Hey, wo bist du denn? Ich bin da, wo du nicht bist. Und du? Ja, ich bin auf der Suche. Ich bin tot. Okay. Oh mein Gott, wie konnte man eigentlich da so sterben, ey. Na, du kannst es. Ach nee, ich wollte da zählen, zählen, da ist der zählen. So, nachladen und reload. So. What the fuck? Wo kommt dat denn her? Ach nein. Ach du scheiße. Oh mein Gott, wie macht man das? Wie kriegt man 14,1 Kills? 15 jetzt schon. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, der Hacks, ganz ehrlich. Der in deinem Team? Ja, ja. Ist mir eben schon aufgefallen. Ist der dann gut für dich? Also für dein Team? Ja, nein, ich finde das trotzdem scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Warum kann man nicht normal spielen? Also, ah ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich als, äh, auf... Ich bin Aufklärer, ne? Sie. Also ich als Aufklärer, ähm, bin eigentlich mittendrin im Schlachtfeld, was ich hier... Ich habe da eigentlich wirklich nichts zu suchen. Äh, keine Ahnung. Weil ich bin eher immer so der Typ, äh, der zwar mittendrin im Stamassel steckt, aber... Aber dann auch sich irgendwie verpissen kann, also überlebt. Alter! Das gibt's nicht. Irgendwie ist der aber auch komisch, dieser... Mein... Ja. Ach, du... Pizze mit... Ach, du Scheiße! Wie macht der das? Ich weiß nicht. Was hat der... Oh, haben die mal nichts hier gegen die Hacker gemacht? Ich habe das halt lange nicht mehr gespielt hier. Ja, nicht wirklich. Das ist so bescheuert. Einmal kurz, vielleicht für eine Woche, gab's mal Ruhe. Und dann gab's direkt wieder Hacker. Guck, das gibt's nicht. Schon wieder. Dann ist das halt mal so eine Hacker für solche Runde. Ist auch mal was. Ah ja. So, warte mal. Ich suche mir jetzt... Am besten... Ne, ne. Das haben wir eingenommen. Dann kommt jetzt von da ein Feind. Ne, ja. Wurde wahrscheinlich noch gerade auf der Karte angezogen. Okay, Moment. Ach, du Scheiße. Artillerieschlag! Mal gucken, ob ich diesmal nicht direkt abgeschossen werde. Boah, Spirit Wolf... Alter! Heißer Tod, ja. Spirit Wolf 2, 5... Oh, der ist ja diesmal richtig schlecht. Und der ist tot. Ne, oh, das war geil. Aber mit der kann man auch so richtig geil, ohne zu zielen, also zu schießen. Also... Mit welcher? Mit der Uzi. Mit der Uzi. Einfach geil. Ja, ja. So. Und... Also, ich habe hier ja noch nichts drauf. Also, man kann die sich ja auch nicht vorher kaufen, außer... Ne, oder kann man... Ne, Quatsch. Die AKS war das ja, die man sich nicht kaufen kann. Ach so. Ähm, also die Uzi kann man sich halt auch zwar kaufen, aber ich habe die mir jetzt noch nicht gekauft. Auf jeden Fall, ähm... Ist sie schon saugut, auch ohne Attachments, also ohne Aufrüstung. Ja. Oh Gott, ich werde wieder ballert. Das weiß. Au, scheiße. Hedgehog. Wie hast du denn so schnelle Reaktionen? Ja. Ich verstehe das nicht. Und dann noch mit einer Pistole, was soll ich... Boah! Scheiße. Haha. Ja, also... Shotgun. Okay, Moment. Mit einer Pistole, ja, das... Halt schnell schießen. Ja, irgendwie... Oh, wenn ich dann mal aus der Distanz bin, ne, sind alle Feinde wieder woanders. Ja, aber trotzdem, du musst einfach bei der Ferne bleiben. Na. Ich bin jetzt bei... Oh, ne, kann ich ja nicht sagen, sonst weißt du das ja. Ich sag's auch niemandem weiter. Aha. Alter. Das ist nicht normal. Oh. Verdammt, die Scheiße. Aber trotzdem, der wird der... Boah, geil, 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 geil. QBB, Noob, Green Bay. Ja, das stimmt schon, aber... Habe ich auch schon die ein oder andere Mal. Aber, das bereue ich. Oh, mein Gott. Schon wieder der. 28,5. Ja, klar. Super. Jetzt schon wieder 19,5. Was ist das, ein Belgier oder was? Ich glaub, eben hat er irgendwas mit, äh, Belgier beschrieben. Belgier, irgendwann keiner. Achso. Und auf jeden Fall, äh, erstmal unseren Sektor, also mein Team, muss das den Sektor B erstmal hier verteidigen. So, Hacker-Pet, auf jeden Fall. Boah, wo bist du, du kleiner Wichser? Ich hab dich gesehen. Ah, Gott, ah. Oh. Ja, geil. Da wollte ich dich messern, aber dann kommt der Scheiß-Shotgun-Noob. Ich wollte dich auch messern, wo du grad rum... Boah. Ah, geil, danke. Ich hasse diesen Idioten. Gut, dass er mich gerettet hat, ey. Wie kann man mit ner Scheiß-Shotgun rumlaufen? Ernsthaft, mit Level 5 oder so kann ich das noch verstehen, aber der ist... War 21 oder so. Ja, ich wollte auch mit Shotgun... Aha, Moment, das könnte ich ja eigentlich machen mit dem Aufklärer. Ich hab ja doch ne Shotgun für den. Meine Schmach. Ja, die war ja... Mit der Shotgun war ich immer eigentlich OP. Habe ich dich erwischt? Nein, der Robb. Ah, egal. Ah! Ja, Petro Simic, ja, trifft der direkt mal so die 10 Bäume, die da mittendrin stehen. Ist ja klar. Äh, Bäume durchdringende Munition oder sowas. Warum nicht? Gibt's hier jetzt neu. Warte mal. So, jetzt wei- Wisst ihr was, ey? Ja. Jetzt weißt es mir hier. Da war doch grad eben einer. Oder nicht? Oder da hab ich mich ver... Alter, wie geht denn das? Ah, Gott! Scheiße. Schon wieder? Wie? Wie? Mit ner Diegel 50? Wie? Wie ist das möglich, hä? Wie kann man so schnell schießen, dann noch durch ne Mauer? Boah. Mobile Funktionation ist fail. Ich glaub, ihr verliert das. Blacklist, alter. Aber hier, ähm, manche Server werden davon unterstützt, also mit so ner Blacklist. Aber ich find das so dumm, dass EA so wenig gegen Hacker macht. Sowas von wenig. Das stimmt. Da müssen die das schon ein bisschen mehr verstärken. Ja. Ach du Scheiße! Was ist der behindert? Der ist brutal, ey. Oh Mann! Schon wieder der! Pietro Simic! Ich werd nur von dem gekillt. Ja, dieser Kamil ist... Alter! Alter! Scheiße, 85. Die ist so P. Die ist einfach nur scheiße. Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ah, da bist du. So. Ach Gott. Es ist ein schweres Unterfangen hier. Jawoll. Super. Nehmen wir das Team. Ja, stirbt der Pietro Simic eigentlich mal oder nicht? Und guck mal, wie die den Sektor da verteidigen. Das ist unfassbar. Wart mal. Aber der ruft schon nach einem Medic.